Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video möchte ich die vergangenen Deals einmal besprechen, einmal die Preisentwicklung analysieren und zeigen, wie viel Gewinn denn hier drin gesteckt hat, ob man damit Gewinn erwirtschaften konnte oder nicht. Doch bevor ich damit anfange, möchte ich hier ein Thema ansprechen und zwar habt ihr gemerkt, es ist weniger auf diesem Kanal los. Ich mache momentan auch viele andere Dinge. Ich konzentriere mich sehr stark aufs Weihnachtsgeschäft. Ihr wisst es, es ist gerade soweit, sodass man hier natürlich den Fokus drauf setzt, um hier ein erfolgreiches Jahr abschließen zu können. Im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall wieder sportlich hier auf diesem Kanal. Ich möchte nämlich mehrere Videoserien starten, wo ich wieder Schritt-für-Schritt-Anleitungen mache, was Marktplätze betrifft, aber auch andere Dinge für Selbstständigkeit. Selbstständigkeit und generell das Ganze um den Online-Handel herum möchte ich hier euch präsentieren. Auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay haben sich die Anmeldungsprozesse, Einstellungen gegebenenfalls schon sehr stark verändert, alleine durch optische Designs. Und hier möchte ich das Ganze einmal neu aufsetzen, sodass hier die Leute, die gerne mit dem Verkaufen starten möchten auf den Online-Marktplätzen, dass die hier direkt die aktuellen Anleitungen bekommen. Und das Ganze, wie gesagt, hier auf diesem Kanal. Falls du es nicht verpassen möchtest, sei dabei, abonniere diesen Kanal und drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und jetzt schauen wir uns auf jeden Fall die Deals an, wo du auch unter anderem günstig Produkte bekommst. Deswegen schau dir das Video bis zum Schluss an. So, Freunde, wie angesprochen möchte ich hier euch mal die Produkte zeigen, die Preisanalyse und die Preisentwicklung der Produkte, die ich mit euch geteilt habe, die man gewinnbringend weiterverkaufen konnte oder kann. Und falls du neu bist und das für dich alles neu ist, dann kannst du dir gerne in der Videobeschreibung einmal eine Information holen, wie auch du genau diese Produkte kostenlos und unverbindlich von mir als Empfehlung bekommen kannst. Hier bekommst du dann auch die Preise plus natürlich die ganzen Analysen, wie es auf anderen Marktplätzen gerade gehandelt wird, wie der Preis vielleicht auch in der Vergangenheit sich entwickelt hat. Und hier siehst du auch den möglichen Reseller-Gewinn, den man somit erwirtschaften kann. Wie gesagt, alles weitere in der Videobeschreibung, das Ganze direkt auf dein Handy per WhatsApp oder Telegram. So, dann schauen wir uns dieses Produkt mal an. Das habe ich schon im Oktober mit euch geteilt. Dann waren ja die Prime Days und da gab es auch dieses Produkt. Du siehst es, ich nutze hier ein Tool und zwar Keeper. Das kannst du gerne selber auch nutzen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Schaust dir gerne in der Infobox an oder unten in der Videobeschreibung. Und hier gab es das Produkt für 392 Euro. Wir haben jetzt hier gar nicht diesen Preis irgendwo stehen, denn es gab noch einen Gutscheincode, den man aktivieren konnte. Und somit hat man hier nochmal 206 Euro Rabatt bekommen und ist somit auf diese 392 Euro rausgekommen. Somit konnte man hier dieses Produkt weiterverkaufen und mit einem möglichen Reseller-Gewinn von ca. 50 Euro profitieren. Deshalb hat sich das definitiv hier gelohnt. Der Preis ist Stand jetzt aktuell gebraucht. Ab 600 Euro, ihr seht es hier. Und neu wird das quasi hier gar nicht erst angeboten. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar geht es hier um eine Logitech-Maus. Sehen wir hier aktueller Preis 75 Euro. Wir schauen mal nach unten. Zu welchem Preis habe ich es mit euch geteilt? Für 44,90 Euro. Und wir sehen hier genau da ist das Ganze hier. Wobei es noch ein Stück tiefer war, sehe ich gerade. Ja, müsste hier irgendwo gewesen sein auf jeden Fall. Für, da ist er doch, Blitzangebot war das. Und zwar zu den Amazon Prime Days. Für 44,90 Euro. Regulärer Preis um die 70 Euro. Stand jetzt 75 Euro. Also ein möglicher Reseller-Gewinn von ca. 10 Euro, habe ich hier angegen. Könnte durchaus mehr gewesen sein. Deshalb hat sich auch das hier gelohnt. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ein BMF-Messer-Block. Gab es hier für 79,99 Euro. Seht ihr es hier und stand jetzt 125 Euro. Möglicher Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro. Auch das war realistisch. Gucken wir das nächste Produkt an. Logitech GEMA Tastatur kann man sagen. Und zwar haben wir hier das Ganze für 115 Euro als Deal gehabt. Stand jetzt 182 Euro. Ihr seht es, die Preise sind alle wieder hochgegangen. Wir können es hier sehen. 115 müsste ungefähr hier irgendwo gewesen sein. Ja, Blitzangebot wieder. Danach ging das wieder auf 173. Jetzt zu den Black Fridays. Gab es wieder mal günstiger ein bisschen. Aber dennoch ging der Preis dann wieder ziemlich stark nach oben. Bis über 200 Euro. Stand jetzt 182 Euro. Möglicher Reseller-Gewinn auch hier 20 bis 30 Euro. So, gucken wir uns das nächste an. Und zwar eine Philips-Kopfhörer. Die gab es für 26,89 Euro. Stand jetzt für 53 Euro. Und zwar 26,89 Euro. Seht ihr auch wieder hier in Rot. Blitzangebot. Auch hier konnte man möglichen Reseller-Gewinn von 10 Euro erwirtschaften pro verkauften Produkt. Dann kommen wir zu einer Speicherkarte von SunDisk. Gab es hier für 64,99 Euro. Stand jetzt 116 Euro. Ihr seht es hier. Auch hier war das ein Blitzangebot zum Amazon Prime Days. Auch hier hat es sich gelohnt. Und möglicher Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro. Kommen wir zum nächsten Produkt. Wieder eine Speicherkarte. Für 149 Euro gab es das Ganze. Auch hier im Blitzangebot stand jetzt 227 Euro. Regulärer Preis. Und hier möglicher Reseller-Gewinn von 30 bis 50 Euro. So, dann haben wir hier von Philips Hue White ein Color. Solche Farbbänder. Ja, die gab es für 56,99 Euro. Auch hier im Blitzangebot. Reguläre Preise waren um die 80 Euro, wie es auch jetzt stand jetzt ist. Und dementsprechend auch hier möglicher Reseller-Gewinn von bis zu 10 Euro. Haben wir hier das nächste Produkt. Und zwar so ein Ring-Video-Doorbell für 79,99 Euro. Stand jetzt 179,99 Euro. Also auch hier möglicher Reseller-Gewinn von 30 bis 50 Euro. Kopfhörer. Und zwar kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar geht es hier um die Kopfhörer. Stand jetzt 149 Euro. Im Angebot gab es die für 89,99 Euro. Das war genau hier. Und ich sage mal so, wenn der Preis jetzt so stabil bleibt nach oben bei ca. 150 Euro, ist ein möglicher Reseller-Gewinn von 20 bis 30 Euro definitiv möglich gewesen. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar auch wieder Kopfhörer. So ein Gaming-Headset. Haben wir hier auch einen guten Preis gehabt. Und zwar für 139 Euro. Stand jetzt 168. Okay, könnte besser sein. Aber wir sehen hier auch Preise von über 200 Euro in der Vergangenheit. Dementsprechend könnte es sein, dass wir hier auch nochmal solche Preise sehen. Falls hier jemand zugeschlagen hat, wäre ein möglicher Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro. Kann sein, dass man hier ein bisschen noch abwarten muss, bis man es weiterverkauft. Vielleicht schon in diesem Weihnachtsgeschäft. Kommen wir direkt zum nächsten Produkt. Und zwar ein Bosch Filterkaffeemaschine. Und die gibt es tatsächlich jetzt wieder zu einem sehr guten Preis von 39 Euro. Geteilt habe ich es mit euch für 37 Euro. Möglicher Reseller-Gewinn von 10 Euro. Und ja, der Preis ist ganz stark gefallen. Falls du Bock hast, dieses Produkt zu kaufen. Regulärer Preis, wie du siehst, 65 Euro. Hier sind definitiv 10 Euro drin zum Wiederverkauf. Und deshalb kann man hier zuschlagen. Den Link dafür packe ich mal unten in der Videobeschreibung. Klick gerne über diesen Link, damit supportest du mich gerne auch. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar auch hier wieder eine Gaming-Tastatur gab es bei Saturn. Ich glaube auch Mediamarkt. Die sind da ja meistens gleichzeitig mit angeboten. Und zwar für 139 Euro. Stand jetzt 269 Euro. Also hier ein möglicher Reseller-Gewinn von 20 bis 50 Euro. Definitiv realistisch. Deshalb, wer das hier geschnappt hat, hat auch nichts falsch gemacht. Hier in Gold, diese schöne Tastatur. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar von HP. So ein Gaming-Pad, Mouse-Pad. Gab es für 9,99 Euro. Können wir auch hier nochmal sehen. Und zwar ist das hier genau da gewesen. Stand jetzt für, also ab 26 Euro. Möglicher Reseller-Gewinn von 5 Euro. Ich sag mal so, es klingt wenig 5 Euro Reseller-Gewinn. Aber mit einer Investition von 10 Euro, 5 Euro Gewinn zu machen, ist definitiv lohnenswert, wenn man das so nebenbei einfach mal mitmacht. Dann gab es definitiv zu Black Friday sehr viele Uhrenangebote. Und auch hier habe ich zum Beispiel eine Lacoste-Uhr einfach mit euch mal kurz geteilt. Für 55,99 Euro gab es die. Lange Zeit war sie dann nicht mehr da. Und jetzt 94,99 Euro nach Gutscheinabzug. Okay, es sind immer noch knapp 90 Euro. Möglicher Reseller-Gewinn von 15 bis 30 Euro, habe ich hier angegeben. Was auch durchaus realistisch sein kann. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Wieder eine Tastatur von Logitech. Und auch die gab es für 105,99 Euro. Sehen wir hier. Genau da ist der Preis gewesen. Dann ist diese bei 185 sogar tatsächlich gewesen. Stand jetzt ist sie ein bisschen wieder zurückgekommen. Aber auch hier könnte es sein, dass die auch wieder teurer wird. Dementsprechend möglicher Reseller-Gewinn von 10 bis 30 Euro. Auch durchaus realistisch. Und kommen wir schon zum letzten Produkt. Und zwar von Anker. Hier ein Netzteil zum Laden von Telefonen oder Notebooks. Gab es hier für 34,99 Euro. Wie ihr seht, regulärer Preis fast generell immer für knapp 60 Euro. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, nichts falsch gemacht. Und möglicher Reseller-Gewinn von 10 Euro. Definitiv möglich. Und ja, auch hier sehr gutes Angebot. So, wie gesagt, falls du dabei sein möchtest und auch diese Deals haben möchtest, schau dir gerne in der Videobeschreibung das Ganze an. Wie du dich dafür kostenlos und unverbindlich anmelden kannst. Und sei dabei, wenn ich wieder Deals mit dir und euch teilen werde. Wenn dir dieses Format gefallen hat und du noch mehr davon sehen möchtest, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Damit unterstützt du mich, lässt unsere Community wachsen und so können wir uns gegenseitig unterstützen. Und wenn du bis hierher noch gesehen hast und zugehört hast, dann sei unbedingt nächstes Jahr dabei. Falls du neu bist und gerne Handel betreiben möchtest, online auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Dazu werde ich eine komplett neue Videoserie starten, sodass du hier auf dem aktuellen Stand der Dinge bist. Viel Spaß weiterhin beim Kaufen und Verkaufen und natürlich viel Erfolg beim Weihnachtsgeschäft, falls du schon ziemlich aktiv bist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Alles Gute und ciao.